Die Bewertung ist sehr gut erhalten. Die restlichen, entweder die Bewertung durch die persönliche Meinung, jedenfalls die besten Preise hier werden. Diese Klasse sind sehr umregend. Die Klasse ist nämlich insgesamt von sehr guter Qualität. Es ist also nicht nur auf die ersten Preise bezogen, sondern auch in der zweiten Runde an einer Reihe von ganz hervorragenden Bewertungen. Die Bewertung der Kreise ist hier in Zumba von Mützscher-Eckertal. Eine Runde ist immer hofftbar, die 4.3 auf St. Mützscher-Angezüge ist. Auf dem man sieht hier diese Schießung, da war ein Rund, seine großartige Kippen, sehr ausgerutschtend, sehr febrillend, mit korrekten Geburtenwellen, mit schönem Kopf, mit glücklicher Auge, hoher Wiedernisse, mit Rückenseele, mit dem das so was wirklich nicht ändern, und eine absolut harmonische Bewertung sagt mir, die Klasse wieder geblieben ist hier ein paar von Extranstern. Eine Liste von Füllenstern, oder gleich die Mitte aus dieser Klasse, die in diesem Jahr am Neugustart geschenkt hat, die bis zum heutigen Tag nie am Neugrundenau, heute S.G. Steymann. Hier ist nicht ein bester Haferhasser, das sind ja auch die politischen Verwacherung, das ist ein sehr guter Bewertung, das ist gräßig, das ist nicht rechtlich, sozial korrekte Gebäude, weil wir sehr schön im Kopf mit guter Mast, sehr guter Auge, sehr gute E- und Unterlinien, korrekte Wirkung der Vor- und Bünderhand, außerhalb der Bundesländer sind ja immer die Vor- und ebenfalls sehr gute E- und Unterlinien. Was guter Mast, wie ich war, wie ich war und wie ich war. Ich sage heute eine eigene Augeinheit, aber ich weiss, dass es um die Möglichkeiten nicht erforscht sind. Keine注意ste Henrinnen und Traum werden jetzt höre, und dann haben wir das S.G. und zwar raus, wir kennen uns, wir kennen uns. wir kennen uns, Das war's für heute. Achtung bitte, eine richtige Durchsage. Aus dem Parkplatz S6 in der Höhe, aus dem Dachplatz S6, wurde ein Rüde geschnitten, das ist zwischen 59 und 15 Monate alt. Wir haben durchgefressen, meinen Namen hat sich irgendwo freigewissen, der ist jetzt in der Meldestelle. Die Chipnummer sieht so aus, dass wir jetzt in serbische Rüde werden. Untertitelung des ZDF, 2020